Wir sind am Care-Light-Center Basel, an der Elisabethanlage 7. Wir haben heute die Neueröffnung vom Care-Light-Ästhetics-Center in Basel. Was neu ist an dieser Behandlung, an dieser Behandlungsmethode, ist, dass es ein neues Patent ist. Man darf nämlich mit diesen hochprozentigen Fruchtsüren normalerweise nicht auf die Haut gehen oder man macht das in einem Spital. Wir können durch ein spezielles, anderes Mittel durch, sehr hochprozentig mit Frucht- und Grykolsüren arbeiten. Also sehr effizient Falten behandeln oder eben andere Hauteffekte. Am Anfang ist es ein bisschen, brennt ein bisschen. Man spürt so richtig, wie es mit der Haut arbeitet. Und sonst ist es eigentlich sehr entspannend. Es ist eine sehr vielseitige Sache, was da passiert. Und das Highlight am Schluss mit den Elektroden ist wirklich ein Spezielles. Ich glaube, jeder, der sich etwas Gutes tun möchte, sollte das, glaube ich, schon erleben wir mal da. Ich gehe regelmässig zu den Kosmetikerinnen, Tiefreinigungen machen und einfach die Unreinheiten rausholen. Aber so eine ausgiebige Behandlung habe ich bis jetzt noch nie gemacht.